Willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 16 Meine Rache wird bitter sein, die haben hier oben nämlich was eingenommen, da ist sogar noch die Meldung Dürfte sie sein, jawohl genau, Wichser, guck mal da kommen sogar noch ein paar nachgerannt So, drei Soldaten Das Ding hole ich mir zurück Ich könnte aber einen drauf lassen, ey Mein Leutnant wird dir nicht schon noch den Hinterversohlen, ey, jetzt wird hier die Kohle Mine, ne? Hm, ich glaube ich baue eher da hinten noch einen, das ist doch kein Wert hier Jedes Mal reißen sie es immer wieder ein, ist doch blöd Langsam langweilig Was? Kein Eisen mehr hier? Wie jetzt? Was jetzt? Ja, dann bauen wir halt hier spaßeshalber einen hin Aber hauptsache ne Mine gebaut, scheißegal Hauptsache es kommt noch mal ein bisschen was rein hier Eisen Großzügig wird hier schon abgebaut, das ist gut Da brauche ich mir jetzt vorerst die nächsten paar Stunden, Minuten keine Sorgen mehr machen Und da laufen sie auch schon wieder Meine Siedler Ich hoffe, ich bekomme jetzt mal ein paar gespeichert wieder, ey Dass ich da mal großoffensive starten kann Das ist doch nicht zum Aushalten Was ist jetzt hier los? Haben sie es jetzt? Was? Die greifen noch mal was an? Wie jetzt? Was? Wo? Wie? Wo? Wo? Wo greifen die jetzt an? Was? Hilfe! Oh mein Gott! Scheiße! Die werden noch nicht... Wohin laufen die? Nein! Oh, direkt bei meiner Schmelze Und auch noch so ein Imba-Typ Nein! Das gibt's doch nicht Boah, Alter Jetzt gehen die mir tatsächlich hier noch ran Die wollen meine Schmelze kaputt machen Ey, was sollen die? Boah, Alter Und die haben's geschafft Da muss ich mit sechs Leute rangehen Das weiß ich jetzt schon Hier werde ich jetzt auch mit sechs ran Meine Schmelze werde ich hier auf jeden Fall wieder hinbauen Was? Die greifen noch mehr an! Hilfe! Scheiße! Und guck mal, mit was für Kaliber die kommen Boah Ich hätte doch nicht so lange warten sollen Ich hätte sie gleich blatt machen sollen Und die Dreckssäcke Boah Okay, also Egal Egal, 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 egal Guck mal Jawohl Mein Leutnant hat ein Hat ein Hauptmann weggekloppt Äh, mein Gefreiter meine ich Gefreiter Hauptmann Gefreiter Hauptmann Und jetzt hau hier noch die Leutnant weg Nein, ich darf nicht rausgehen No-Stoff ist doch blöd Egal Meine Zeit hat mich jetzt darum zu kümmern Ja, wir haben wieder was eingenommen Auch wieder mit sechs Mann Holt das zurück Aber sofort mit aller Härte Die haben tatsächlich jemanden Oh, das gibt's doch nicht Schmelze weg Da, hier Kohle weg Das gibt's doch nicht Na, wartet Ich komme wieder Das werdet ihr niemals hier So Ne Im Leben nicht Jetzt muss ich die ganzen Dinger hier wieder befüllen Mit Leuten Ey Boah Guck mal, da fangen sie sich schon ab Leutnant gegen Hauptmann Komm Machen Nein Okay Okay Ne Echt Kann ich nur überall noch mal Drei Leute irgendwie Ranschicken Wenigstens haben sie mir meine Dinge nicht abgeknüpft hier oben Na gut, obwohl die ist eigentlich so wild Allgemein das Stückchen Land Wäre jetzt nicht so wild Komm, hau ihn weg Nein Das gibt's nicht Das darf nicht wahr sein Was für ein Rückschlag Meine Seiten sind so blöd Um an die Front zu kommen, ey Die laufen hier irgendwo In der Landschaft rum Und packen es einfach nicht Doch, da ist einer Genau Hau ihn weg Und jetzt da drin weitermachen So Jetzt den hier weg Da, hier Alles weg Wie jetzt Mit was kommt denn ihr jetzt hier angeeilt Das gibt's doch nicht Naja, die haben gemerkt Was ich hier vorhabe Und deswegen Ja Haben sie jetzt angefangen Sich hier so breit zu machen Habt ihr das jetzt? Ne, noch nicht Der Hauptmann, ey Das gibt's doch nicht Die Möglichkeit hier Oh, hier gehen mir jetzt langsam Die Soldaten aus Wenn das so weitergeht So Und? Was passiert? Okay, dann Ah Jetzt könnten wir es Vielleicht Schaffen Den weg Das da oben Muss wieder mir gehören Das kann nicht sein Das ist so Gut Das haben wir wieder Das haben wir wieder zurück Ja Und? Er hat aufgegeben Er hat aufgegeben Wir haben gewonnen Er hat tatsächlich aufgegeben Boah Fette Sache Gratulation Ihre Feinde sind Gnadenlos Äh, äh, äh Was, was Sind Was, was Was heißt denn das? Grenzenlos Gnadenlos Gnadenlos Sie haben Diese Mission gewonnen Auf jeden Fall Ist das Geil Super Ab zurück Ah, guck mal Oh, da geht er So ein Arsch, Mann Zum Glück So ein Penner, ey Wollen sie dieses Spiel beenden Jawohl Aktuellen Spielstand Wurde nicht gespeichert Ist mir scheißegal Jawohl, raus So, boah Drei Gegner Und auch noch drei heftige Ach du, meine Fresse Aber das machen wir nicht in diesem Part Das machen wir im nächsten Part Bis gleich Ciao